Hallo zu einer neuen Podcast- und YouTube-Folge zum Thema Wie werde ich im Internet sichtbar? Diesmal geht es um deine Domain und den Webspace dazu. Nachdem du mittlerweile schon ein ordentliches Brainstorming durchgeführt hast und recherchiert hast, welche Namen im Internet noch frei sind und welche Plattformen dein Name noch verfügbar ist, geht es jetzt um die Domain. Die Domain ist eine Adresse wie deine Hausnummer, die auf einem Platz zeigt. Dieser Platz ist der sogenannte Webspace. Hiermit bist du weltweit und über viele Endgeräte erreichbar. Nicht du persönlich, sondern deine Daten, die auf diesem Webspace liegen. Im besten Fall sind diese Daten eine Homepage oder ein Blog. Deinen Platz im Internet kannst du frei nach deinen Wünschen gestalten. Erstelle eine einfache, statische Homepage, d.h. mit fixem Inhalt oder schreibe ein digitales Online-Tagebuch, einen sogenannten Blog. Hier informierst du deine Besucher regelmäßig über aktuelle Geschehnisse und Themen. Bitte aber nicht Homepage in Arbeit oder sonstige Platzhalter auf der Homepage die Website geben, die Besucher eher zur Flucht veranlassen. Eine einfache Startseite mit den wichtigsten Kontaktdaten und einem Foto, vielleicht sogar ein Video ist schnell erstellt. Deine Domain und dein Webspace soll in Zukunft auch die erste Anlaufstelle für alle deine Webprojekte sein und auch der Ausgangspunkt für alle soziale Netzwerke. Achte bitte darauf, dass du auch deine FTP-Zugangsdaten zu deinem Webspace hast. Die benötigst du dann zum Beispiel für Pinterest und Co. noch. Warum auch deine eigene Domain und dein eigener Webspace? Bitte bedenke auch folgenden Spruch, baue nie ein Haus auf fremden Grund. Bei deiner Webseite, bei deinem Webspace unter deiner Domain kannst du deine Daten, dein Design, dein Layout anwenden, was du bei anderen Plattformen nicht kannst. Unter Facebook läufst du zum Beispiel immer unter diesem blauen Logo, diesem blauen Brand irgendwie dahin. Und das muss gar nicht deine Farbe sein. Auf Instagram bist du beschränkt auf Bildformate, Zeichenlänge und Co. Das Ganze kannst du ganz frei auf deinem Blog und auf deiner Homepage gestalten. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich auf das nächste Mal. Denk daran, abonnieren, Daumen hoch und Co. Bis zur nächsten Folge. Ciao.